Hallo Freunde, ich grüße euch zur nächsten Ausgabe des Fallenfreitags. Heute wollen wir uns mit dem Evans Gambit beschäftigen. Das seht ihr hier aufgebaut, entsteht in der italienischen Partie nach B2, B4. Die Idee dieses Opfers ist natürlich das Zentrum dann möglichst schnell zu besetzen, indem dann hier C3, D4 unter Tempogewinn erfolgt. Da wollen wir uns mit zwei Partien anschauen, was da so die Ideen, die Grundmuster sind für Weiß. Die eine Partie von Bobby Fischer und die andere von zwei unbekannten Franzosen aus dem Jahre 1860. Aber das sind natürlich die Partien, die zur Bildung der Theorie beigetragen haben. Von daher Mustererkennung, Ideen entwickeln. Ja, all das heute mit dem Evans Gambit. Also, lass uns loslegen. Viel Spaß. So, wie gesagt, die erste Partie von zwei Franzosen, deren Namen ich überhaupt nicht aussprechen kann. Keine Chance, ich habe ja auch kein Französisch in der Schule. Evans Gambit selber entsteht hier in der italienischen Partie und grundsätzlich möchte Weiß ja in irgendeiner Form D4 durchdrücken. Gibt dieses Deutz Gambit, dann spielt man es sofort. Man kann auch mit C3 dann D4 das Zentrum versuchen zu besetzen. Das ist so der klassische Weg. Oder das Evans Gambit mit B4. Dadurch opfert man einen Bauern, den der Gegner im Regelfall annimmt. Und dann bekomme ich diesen Zug C2, C3 quasi mit Tempo geschenkt, um mit D4 das Zentrum zu kontrollieren. Ja, und hier entstehen viele wilde taktische Motive und Verwicklungen. Und da muss man sich mit Schwarz ein bisschen auskennen. Sonst kann man da ganz schnell unter die Geräte geraten. In dieser ersten Partie spielt Schwarz den Zuglaufer A5, der per se nicht schlecht ist. Und in der zweiten Partie spielt Schwarz Läufer E7. Und in beiden Partien gibt es sicherlich Theorie Varianten, wo man dann Richtung Ausgleich kommen kann. Aber man muss das ein bisschen kennen. Und da wir hier kein Theoriewerk hier raus machen wollen, schauen uns die Partien an, um die typischen Pfeilen und Motive kennenzulernen. In dieser Partie kamen Läufer A5 und Weiß spielt D2, D4. So, Zentrum setzen, ja, diesen E5-Unterschuss nehmen, Läufer eventuell mal frei machen. Alles normale Züge. Und Schwarz nimmt diesen Bauern auch an. Es ist auch mit der meist, selbst heute noch, mit der meistgespielte Zug. Wir haben natürlich nicht wenig Risiken, denn jeder Zug, wo Schwarz keine Figur entwickelt oder überhaupt sich nicht entwickeln kann, Puh, schwer. Und Weiß macht die Rochade. Ein typisches Motiv. Man sagt sich, komm, das ist wie beim Göring-Gambit oder bei diesen nordischen Gambits, ja, dass Schwarz hier meinetwegen sich durchfressen kann, bis er grün wird. Hauptsache, ich habe meine Puppen draußen. Und, ja, wir beobachten mal die Sicherheit des weißen Königs und die Sicherheit des schwarzen Königs. Und die ist natürlich, ja, das Material wert. Das ist das, die Hauptidee, die Schwarz hier hat, äh, die Weiß hier hat. Ähm, Schwarz spielt Finger F6. Entwickelt eine Figur. Okay. Ob der Bauer jetzt wirklich hängt nach Turm R1? Das, äh, hm. So. Aber jetzt hier kommt jetzt zum Beispiel der erste sehr, sehr typische Zug, den jeder, der sich mit italienisch oder ähnlichen Strukturen schon mal beschäftigt hat. Was ist das Wichtigste in solchen Stellungen? Den König in der Mitte halten, damit er nicht rochieren kann. Und, ähm, nein, damit meine ich jetzt nicht diese Opfer auf F7, sondern den Zug Läufer A3. Ein sehr, sehr typischer Zug, ja, der die Rohade einfach verhindert. Und der meist, oder mitgespielte, meistgespielte logische Zug ist jetzt D7,6. Sperrt, sperrt diese Diagonale ab. Okay. Aber, und jetzt kommt auch ein typisches Motiv, das wir in Verbindung mit diesem Läufer A3 unbedingt kennen sollten. Nämlich das Bauernopfer E4, E5. Und, ja, wir greifen den Springer an, wir greifen das Bollwerk auf D6 an und wollen natürlich, wenn der Gegner hier diesen Bauern schlägt, unseren Läufer hier frei halten. Und das ist ein sehr typisches, häufiges Motiv in solchen Strukturen. Jetzt kommt der König nämlich überhaupt gar nicht mehr zur Seite. Ähm, wie gesagt, wir könnten hier wahrscheinlich bei jedem Zug den Computer befragen und der würde hier, ähm, mehr oder weniger irgendwelche Varianten ausspucken, wo Schwarz vielleicht noch so gerade überleben kann oder so. Aber, um die typischen Angriffsideen erstmal kennenzulernen, glaube ich, sind wir hier mit dieser Annahme gut beraten. Und, da haben wir B3, auch ein sehr, sehr typischer Zug. Denn, jetzt haben wir zwei Läuferdiagonalen. Einmal Richtung F8 und einmal Richtung F7. Und jetzt greife ich ja zusammen mit Läufer, Dame, diesen Punkt F7 an. Und, da habe ich schon Schwierigkeiten, den zu decken. Und, ihr seht, weiß hat alle Figuren, oder schon extrem viele Figuren im Angriff. Äh, schwarz mit dem König eben. Ja, das ist das Hauptproblem. Wir haben allerdings schon drei Bauern weniger. Das mag für den einen oder anderen viel erscheinen, aber wenn wir uns mal genauer mit dieser Stellung hier beschäftigen, werden wir sehen, dass wir mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn wir wollten, so ein, zwei Bauern mindestens immer zurückbekommen. Ja, in irgendeiner Form hier auf E5 oder mal auf D4 oder wie auch immer, oder auf F7 oder B7 oder je nachdem, wie schwarz spielt natürlich. Das heißt, wir haben nicht wirklich drei Bauern weniger. Aber, wir stellen dem Gegner die Frage, was willst du mit F7 machen? Und, in der Partie folgte Dame D7, deckt F7 und hat den Vorteil, dass diese Diagonale von A4 nach E8 jetzt geschlossen wird und potenziell, für den Hinterkopf schon mal merken, dieses Springer A5-Manöver vielleicht mal droht, weil wir dann hier nicht irgendwie mit Schach wegziehen können, weil die Dame ja hier im B steht. Das müssen wir uns mal für den Hinterkopf schon mal merken. So, F7 ist gedeckt, okay, kein Problem. Nächste Figur, nächstes Ziel, E-Linie, der E-Bauer. Wir sehen, Bayes kommt mit einfachen, natürlichen Zügen wunderbar seine Stellung verstärken. So, und jetzt kriegt schwarz langsam Probleme, die E-Linie geschlossen zu halten. Und er versucht, hier mit E5, E4. Greift vermutlich oder vermeintlich diesen Springer an, aber nicht richtig wirklich. Denn durch die Fesslung auf der E-Linie ist der Springer gar nicht angegriffen. Was könnte Bayes also hier machen? Was macht man allgemein in solchen Stellungen, wenn man Entwicklungsvorsprung hat, schon einen Angriff kreiert? Ja, wir müssen definitiv in irgendeiner Form die Mitte öffnen, damit der König hier richtig luftig wird und frei wird. Ja, das heißt, wir müssen die E-Linie öffnen, wir müssen also diesen E4 entfernen. Und das machen wir, indem wir die nächste Figur entwickeln und dann auf E4 zu schlagen drohen. Aber hängt denn jetzt hier nicht auf C3, dieser Bauer? Ja, den hat er in der Partie geschlagen. Wir gucken uns nur ganz kurz noch an, wenn jetzt zum Beispiel E4, E3 schwarz versucht mit aller Macht, die E-Linie in irgendeiner Form geschlossen zu halten. Nach dem Motto zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit Weiß auf E3 schlüge, dann könnte ich mit Schwarz hier auf C3 oder einfach D4, D3 spielen, was auch immer. Hauptsache, ich kann diese E-Linie geschlossen halten. Das wäre schon mal ein guter Anfang für Schwarz. Aber nach E3 kann ich zum Beispiel auch einfach auf D4 nehmen. Und jetzt kann dieser Bauer ja wieder nicht schlagen, weil der immer noch gefesselt ist. Und demnächst kann ich auch dann auf E3 eben mit Schach schlagen, wenn ich die Linie auf... Hat Schwarz sein Ziel also nicht erreichen können. In der Partie folgt der Läufer C3 und greift den Turm an. So. Und jeder, der sich mit solchen Art von Stellungen, mit Gambits, mit Entwicklungsvorsprung, mit König in der Mitte beschäftigt, der wird mehr oder weniger durch Bücher mehr oder weniger eingetrimmt bekommt und der wird immer lesen und hören immer, das Real ist unwichtig, Aktivität der Figuren ist wichtig. Und ja, das ist einfach auch so wahrscheinlich. Deswegen hat Weiß hier jetzt seinem Ziel, die E-Linie zu eröffnen, Nachdruck verliehen, indem er auf E4 geschlagen hat. Und wir drohen jetzt zum Beispiel ein Abzugschach auf F6, was neben einem Abzugschach auch ein Doppelschach wäre. Und ja, Schwarz hat nicht viel anderes als den Turm dann quasi zu nehmen und wir schlagen zurück. Und jetzt schauen wir mal. Wenn wir jetzt die Figuren zählen, haben wir eine Figur mehr, okay, aber eben einen Turm weniger. Das heißt, materiell ist schon mal minus zwei, dann haben wir aber auch drei Bauern weniger. Das heißt, wir haben rein materiell haben wir minus fünf. Aber was ist in solchen Stellungen denn wichtig? Nicht das Material, das vom Brett weg ist, sondern das Material, was auf dem Brett steht und was aktiv am Spielgeschehen teilnimmt. Und das kann man von diesen drei Figuren ja nun wirklich nicht sagen, dass sie hier irgendwie aktiv am Spielgeschehen teilnehmen. Wenn wir jetzt mal so rein materiell sagen, wir haben zwar minus fünf, aber Schwarz hat minus 13, weil die Figuren alle nicht mitspielen. Dann könnten wir also sagen, wir haben einen Aktivitätsvorteil von plus sieben. Und das ist auch in etwa die Bewertung, die die Engine hier ausspuckt, weil der König ja einfach zu unsicher steht und hier geht Material verloren. Schauen wir uns die Partie an. Schwarz versucht mit König D8 aus der D-Linie raus. Okay. Damit ist die E-Linie nicht mehr so gefährlich. Aber ein zweiter Punkt ist hier jetzt natürlich Zielscheibe sozusagen, nämlich der Punkt F7. Und da drohen wir jetzt einfach rein zu gehen. Und wenn wir auf F7 mit Schach schlagen, wir sehen, der König kann über die E-Linie nicht flüchten. Ja, das wird schon eng. Aber Schwarz hat jetzt diesen Zugspringer A5, den ich ja auch mal eben angedeutet hatte. Und jetzt haben wir ein Problem, dass die Dame hängt. Und wenn die Dame zieht, kann der Springer den Läufer schlagen. Ich mache nur mal eben hier zum Beispiel. Und jetzt könnte Schwarz, der kann leider immer noch nicht Turm F8 spielen, wegen diesem super Läufer hier. Kriege ich den F7 denn irgendwie gedeckt? Auch nicht wirklich. Weiß steht immer noch gut. Aber jetzt wird er sich hier vielleicht irgendwelche Fluchtfelder für seinen König machen können. Oder die Dame mal wegziehen. Weiß steht immer noch gut, weil mindestens mal der Turm hängt. Ob es matt wird, das ist halt die Frage. Aber wir müssen ja nicht unbedingt mit matt gewinnen. Auch wenn das natürlich der romantische Gedanke ist, den Weiß immer hat. Keine Frage. Aber am Ende Hauptsache gewinnen, das ist erstmal wichtig. Aber, und das ist das Schöne, nach Springer A5, wir müssen nicht mit unserer Dame wegziehen. Wir haben auch noch einen anderen Zug. Und dieser andere Zug, der gewinnt tatsächlich forciert. Und auch, ja. Schaut mal rein. Welchen Zug, welche Alternative könntet ihr hier mit Weiß überhaupt spielen? Es ist natürlich immer schwer, die Dame hier quasi stehen zu lassen. Ja, das ist, puh. Aber jetzt geht es ja nun und nicht mehr um Material. Ging es ja noch nie in der Partie. Jetzt geht es irgendwie um konkrete Berechnungen. Ja, und da hat Weiß den Zug Springer F3 nach E5 gefunden. Der zusammen mit diesem Springer hier auf F7 jetzt schlagen möchte. Und schwarz hat auf B3 die Dame geschlagen. Nachvollziehbar, ja. Dame vom Brett. Aber jetzt folgt natürlich Springer E nach F7. Und wir sehen, ups, Schach. Der König kommt nicht raus. Die Dame muss sich also zurückopfern. Jetzt folgt der Springer nach F7. Der König hat jetzt immerhin ein Fluchtfeld. So, und jetzt können wir mal schauen. Jetzt könnten wir sagen, oh, wenn wir jetzt hier einfach zurückschlügen, diesen Springer. Dann könnte sich der Turm hier in irgendeiner Form retten. Dann hätten wir immer noch Material weniger. So, oh, oh, oh. Also lieber versuchen, eine forcierte Gewinnvariante zu finden. Und die gibt es hier auch. Ist nicht ganz trivial, dieses Muster. Aber trotzdem schön. Um solche Muster zu erkennen, oder überhaupt das Motiv zu finden, gehen wir natürlich alle Schachs durch. Und eins der Schachs wäre Turm E7. Aber dann kann der König eben hier über C6 rausflüchten. Und deswegen wollen wir mit Läufer B5 Schach dieses Feld wegnehmen. Und auch wenn der hier angegriffen wird, dann können wir trotzdem Turm E7 spielen. Denn der Turm kontrolliert ja dieses Feld C7. Ja, der schwarze König hat kein Feld mehr. Durch diesen Springer hier. Ja, ein wunderschönes Mattbild. Das entspricht quasi der romantischen Natur von allen Erfungsgambitspielern. Auf jeden Fall. Und war jetzt auch so wie in den Jahr 1860 wurde die Partie gespielt. Dass einfach alle Bauern genommen wurden. Und mit diesem Läufer A3 in Verbindung mit diesem E4, E5 ist einfach super brandgefährlich. Okay, da haben wir viele Muster kennengelernt. Jetzt schauen wir uns mal eine zweite Partie an. Die hat gespielt Bobby Fischer. Und da hat der Gegner sich mit Läufer E7 etwas vermeintlich solider aufgebaut. Schauen wir uns das mal an. So, Bobby Fischer hat Weiß. Und wir spielen mal die ersten Züge durch. Nämlich wieder bis B2, B4. Dieses Evans-Gambit. Quarz nimmt dieses Gambit an. C2, C3. Alles sehr natürlich. Und jetzt geht der Läufer eben nach E7 zurück. Eine der Hauptvarianten aus heutiger Zeit. Und ja, Weiß beschleunigt seine Entwicklungen, spielt im Zentrum D4. Und jetzt hier ist Springer A5 heutzutage so einer der moderneren Wege, dieses Evans-Gambit zu behandeln. Die Idee davon, also in der Partie kamen D7, D6. Die Idee von diesem Springer A5 ist es natürlich, diesen Läufer hier irgendwie zu gewinnen. Und nach Springer E5, man gibt aber dafür diesen Bauern zurück, um irgendwie, dann im Zentrum mit D5, dann hat man, man versucht, die Stellung ein bisschen kontrollierter zu halten. Und hier geht es noch weiter. Ich will euch ja jetzt nicht mit Theorie hier belasten. Aber zum Beispiel Kasparov hat das mit mit Weiß gespielt gegen Natschel Short. Und Short konnte hier mit Schwarz mit einigen Klippen natürlich Remis halten. Also die Öffnung gilt als solide, nur einen kleinen Ticken noch als besser für Weiß. Aber eben im Verhältnis zu diesen offenen Scheunentor-Varianten verhältnismäßig noch sehr solide. Wir schauen uns mal an. Der Gegner hat hier 1964 Zelle war sein Gegner. D7, D6 gespielt. Und versucht hier mit das Zentrum zu stützen, den Läufer frei zu machen. Ja, wie auch immer. So, ihr habt es gesehen. Ich hatte euch Dame B3 schon vorangezeichnet. Das ist der meistgespielte Zug. Tatsächlich. Sowohl in der Meisterdatenbank als auch auf Lichess von uns Amateuren. Aber ist nicht der Zug, den Fischer gespielt hat. Und ich finde den Zug von Fischer trickreich, denn er hat hier auf E5 geschlagen. Und wir schauen uns mal eben eine ganz kurze Variante an, wenn Weiß hier Dame B3 spielt. Wir greifen den F7 an. Das ist eine Hauptidee. Und jetzt kommt aber wieder dieses Motiv, das wir eben auch schon mal angedeutet hatten mit diesem Springer A5, was hier eben ein bisschen lästig sein kann, da die Angriffsfiguren getauscht werden. Hier kann ich jetzt mit Läufer F7 meinen Bauern zurückgewinnen. Der König geht nach F7. Und jetzt ist eben, dass der Springer auf A5 auch ungedeckt steht. Das heißt, ich verliere keine Figur. Ich müsste mit der Dame ja sonst hier am Läufer bleiben. Und dann wird es schwer. Nach Dame D5 vielleicht irgendwie C6, dann wird es langsam eng. Deswegen Dame A4. Und wenn der den schlägt, schlage ich den. Jetzt ist aber Schwarz am Zug und kann zum Beispiel hier auf D4 schlagen. Und der Computer gibt an, dass die Weiserstellung immer noch spielbar ist. Zum Beispiel hier mit Dame D5. Und wenn Schwarz dann mit Läufer E6 seine Figuren entwickelt, kann ich auf B7 schlagen. Aber, und das ist das, worauf ich aufmerksam machen will, ist, Weiß wollte ja am Anfang seine Figurenentwicklung beschleunigen, auch unter Opfer, unter Gambit. Und jetzt macht er genau das Gegenteil. Er gewinnt hier diese Bauern und lässt den Schwarzen sich hier entwickeln. Und schlägt dafür hier diese ganzen Bauern. Also genau das Gegenteil. Dabei ist er selber jetzt noch nicht vollständig entwickelt. König noch in der Mitte und so weiter. Computer gibt hier ein Plus an, ist aber, entspricht ja überhaupt nicht dem Geiste der Stellung sozusagen. Und deswegen hat Fischer hier auf E5 geschlagen. Und ja, der Gegner schlägt hier auf E5 zurück. Jetzt schauen wir uns mal an, was passieren könnte, wenn der Bauer hier zurückschlüge. Rot hier einen Damentausch, dem sollten wir aus dem Weg gehen als Weißer. Und könnten hier auch Dame B3 spielen. Und hier gibt es einen kleinen Unterschied, nämlich wenn Schwarz hier auch mit Springer A5 kommt. Und hier erkennen wir dann den Unterschied von diesem Zwischentausch auf E5. Wir schlagen wieder auf F7, den Bauern zurückholen, spielen Dame A4, greifen den Springer an, und wenn er den schlägt, haben wir jetzt nämlich eben noch die Zusatzoption Springer schlägt E5, was wieder mit Schach ist, einen weiteren Bauern gewinnt, den König wieder unter Beschuss nimmt und die Frage stellt, wo willst du hingehen? Wenn der König nämlich zum Beispiel hier an die frische Luft kommt, wir schlagen diesen Springer und decken mit unserer Dame den Springer. Und mit so einem offenen König will man ja eigentlich überhaupt nicht gerne spielen. Wir haben mit weißen Figuren einen Bauernmeer und der König ist offen, während unser natürlich jetzt recht schnell rochieren kann. Ja, und dann könnten wir vielleicht mit Zügen wie F4 und Läufer G5 Schach und diversen anderen Zügen vielleicht unsere Initiative aufbauen. Und jetzt bleibt die Frage, kriegt Schwarz es nicht hin, durch Züge wie zum Beispiel B7, B6, die Dame von unserem Springer abzulenken? Und ja, da im Tausch wollen wir natürlich auch nicht auf D5, und dann würden wir den vielleicht wirklich verlieren. Also bleibt nur Dame B5. Aber nach A6, ja, jetzt haben wir kein Feld mehr, wo wir den Springer gedeckt halten können. Ist das gut? Hm. In dem konkreten Fall eben ist das gut für weiß. Er kann nämlich damit C6 spielen. Der König hat per se kein Fluchtfeld, kein Rückzugsort und er müsste jetzt hier mit Läufer E6 eine nächste Figur zwischenziehen. Dann könnten wir dann könnten wir zum Beispiel diesen diesen Springer decken wir könnten den wegziehen mit Schach. Wir haben hier diverse Ideen. Wichtig ist eben, auf dieses Schach kann der König hier nicht auf E5 schlagen. Denn jetzt kommt er hier gar nicht mehr zurück. Und weiß kann mit F2, F4 einem Bauernzug, einem stillen Bauernzug absetzen. Ist immer super schön. Soll es nur eine von vielen Varianten sein, aber die zeigt, dieser Springer E5 ist also nicht weg und dadurch konnten wir mit diesem Zwischenschach hier auf E5 jetzt einen weiteren Bauern gewinnen. Ja, und wenn der König zurückgeht, das Rochade-Recht von Schwarz ist ja immer noch weg. Der Springer ist nicht unter größerer Gefahr. Wir haben immer noch ein Bauernmeer. Können mal schauen. Mit dem Computer gibt es hier auch ein Plus an. Keine Frage. Natürlich ist das keine forcierte Mat-Sequenz, aber wir kommen mit Vorteil aus der Öffnung raus. Und das ist ja immer am Ende des Tages das, was wir wollen. So, nach D schlägt E hat der Gegner also mit Springer geschlagen. mit der Idee den Springer schon mal zu tauschen sodass jetzt dieser Springer hier gleich in der Variante nicht auf E5 schlagen kann zum Beispiel. Aber jetzt schauen wir mal die D-Linie ist aufgegangen und jetzt kommt ja als erstes Motiv immer dieses Läuferopfer auf F7 um den König von der Dame abzulenken. Aber hier ist eben dass dieser Läufer die Dame auch noch deckt und deswegen geht dieses Opfer nicht. Wir können hier aber mit Dame H5 einen Doppelangriff starten auf den F7 und auf den E5. Und ja da geht schon der nächste Bauer verloren. Schwarz muss E6 spielen um das abzuwehren. Läufer E6 scheitert hier an Läufer schlägt E6 da dieser Bauer hier gefesselt ist. So und G6 Dame schlägt E5 alles gut greift den Turm an Quarz entwickelt eine Figur und deckt den Turm. So wir sind also aus der Öffnung sehr gut herausgekommen als Weißer haben einen Bauern mehr und können aber oder müssen natürlich auch jetzt ein bisschen aufpassen Schwarz könnte vielleicht rauchieren Schwarz könnte danach mit Springer G4 die Dame angreifen also klar ist es nicht aber auch wir haben einen Bauern mehr keine Frage aber Schwarz schlägt druckvoll weiter nämlich Läufer A3 ein Evans Gambit typischer Zug der den E7 hier angreift und den König nicht zur Rochade kommen lässt weil der E7 dann einfach weg wäre das Problem ist Schwarz kann jetzt hier aber auch nicht zum Beispiel Springer G4 spielen um die Dame anzugreifen weil der Turm hier auf H8 angegriffen wäre also muss er sich hier irgendwas einfallen lassen also hat er den Turm weggezogen den F7 gedeckt der weiße König in Sicherheit der Turm einsatzbereit auf einer der Linien je nachdem während der schwarze König hier auf E8 doch in der Mitte erstmal hängen geblieben ist das haben wir zwar keinen Bauern mehr aber das ist natürlich immer ein super Vorteil ein strategischer Vorteil ein taktischer Vorteil in allen Formen und Farben Springer G4 greift die Dame an Schwarz schafft es dass Weiß diese Fesslung hier nicht aufrechterhalten kann die Dame muss zurück und Schwarz kann sich hier tauschen und mit Dame den Springer angreifen und denkt sich boah jetzt habe ich das Gröbste überstanden der Springer ist angegriffen der muss weg ziehen danach kann ich mit Läufer mich entwickeln und mal die Rochade anstreben oder so ähnliches aber das gelingt natürlich gegen jemanden der nicht so druckvoll spielt aber nicht gegen Fischer nutzt einfach seinen Entwicklungsvorsprung aus und ist auch noch sehr kreativ dabei er spielt nämlich den Zug Läufer B5 Schach jetzt haben wir die Hauptproblematik dass Schwarz nicht mit dem Läufer nach D7 kann warum nicht das sieht natürlich aus aber nach dem Tausch und Turm AD1 die nächste Figur in den Angriff eingebaut und wir sehen die D-Linie der schwarze König kommt nicht zur Lange Rochade die Dame ist hier auch an den G4 gebunden und solche Scherze dass hier auf C7 was droht und so weiter und so fort hier bleibt der König in der Mitte weiß hat die volle Aktivität und bei Fischers Kreativität wird das hier sicherlich ein Sieg werden deswegen nach diesem Läufer B5 Schach aber was ist denn mit C7 C6 jetzt ist dieser Läufer angegriffen und der Springer da hinten ja auch immer noch hat Fischer sich hier verrechnet nein das wäre zu einfach denn er hat durch diesen Zug C7 C6 jetzt dieses schwache Feld auf D6 kreiert und über schwache Felder haben wir ja schon öfter mal drauf und jetzt kommt der Springer dahin und dann droht der Springer hier auf dieses schöne schwache Feld mit Schach und dann kommt ein Turm dahinter und dann drohen alle möglichen Abzug Schach und so weiter deswegen kann Schwarz diesen Läufer nicht schlagen sondern er versucht es mit Dame E6 mit einer Art Doppel Angriff er greift den Springer C4 an und er greift den Läufer B5 an und der Läufer B5 kann natürlich auch nicht ziehen weil dann der C4 ungeleckt wäre aber Fischer könnte natürlich jetzt hier mit Springer D6 fortsetzen könnte er machen aber Fischer spielt einfach unglaublich druckvoll indem er alle Figuren auf die Party einlädt und Turm AD1 der Turm auf der D Linie schneidet dem König schon mal Felder ab und er zwingt mehr oder weniger dass das weiß das schwarz sich irgendwann mal irgendwie versucht mit mit das Material mitzunehmen um irgendwas zu haben für die schlechte Stellung aber Fischer ist unerbittlich stellt die nächste knallharte Drohung auf und natürlich ist das jetzt hier nicht mehr spezifisch zu Evans Gambit aber ein solches Bild mit dem in der Mitte steckengebliebenen König danach muss man mit taktischen Mitteln und Kombinationen die Stellung verwerten und Fischer spielt hier den schönen Zug Dame C7 Rot Turm D8 Matt wie soll ich das jetzt abwärmen weil ich kann jetzt nicht zum Beispiel Dame E7 spielen um das Feld abzudecken denn dann folgt wirklich Springer D6 und ich habe alle Fluchtfelder kontrolliert und weiß wird die Dame gewinnen deswegen würde laufe D7 hier nur gehen und ja hier der Springer zack er kommt rein der König hat nur ein Feld aber jetzt sieht es ja auf den ersten Blick so aus als wenn weiß nicht weiter kommen würde und hier hat Fischer sicherlich Vorspringer D6 schon reingeguckt und alles gesehen da bin ich mir ziemlich sicher und hier könnt ihr mal schauen ob ihr hier die Fischharten Züge finden könnt ein Angriff einfach mit unerbietlicher Konsequenz zum Sieg führen so es kam Springer F5 Schach die erste Idee ist dass der König nicht nach E8 kann wegen dieser Gabel Springer G7 und Dame weg das zweite ist dass der König nicht nach F6 kann wegen Turm D6 Fesselung Dame weg aber was ist wenn er den hier einfach schlägt dann kommt E schlägt F wir haben hier ein Tempo auf die Dame vor allem aber geht die E Linie auf damit unsere letzte Figur die noch nicht am Angriff teilnimmt auch noch teilnehmen kann und ja der Spielturm AC8 endlich mal eine Figur auch dabei greift die Dame an möchte sich ein Tempo retten und kreieren wenn die Dame jetzt weg zieht wer weiß wofür ich den Turm benutzen kann um ich habe zwei Figuren mehr mit schwarz vielleicht kann ich hier irgendwie dann eine Verteidigung aufbauen deswegen ist wichtig Konsequenz zu Ende zu spielen und das hat Fischer sicherlich auch wie gesagt bei Vorspringer schlägt D6 schon gesehen ihr habt hoffentlich bei Springer F5 gesehen oder spätestens jetzt nämlich den Zug Turm schlägt D7 mit Schach wieder nächstes Opfer jetzt bleibt aber nicht mehr viel an Material über um noch am Ende matt zu setzen ok ja was soll schwarz groß machen er schlägt und weiß könnte jetzt hier mit Turm E1 diesen König von der Dame ablenken und die Dame gewinnen aber der Zug schlägt E5 und nach Turm E5 König F6 Dame D7 König E5 hätte er hier dieses Tempo gewonnen und jetzt haben wir zwei Türme gegen die Dame aus schwarzer Sicht kann man vielleicht noch hoffen und kämpfen ist sicherlich gut für weiß überhaupt keine Frage König schütt schlecht wir können unseren Bauern hier decken Luftloch machen und so weiter aber vielleicht kann man hier noch kämpfen jetzt versuchen wir mal diese Variante zu verbessern aus die Dame dann haben wir Dame gegen die zwei Türme aber dann haben wir hier noch eine Qualität mehr und wenn der Springer schlägt dann können wir eben hier mit Turm E1 Schach geben und jetzt wo soll der König hin der kann nichts ziehen der muss den Springer abgeben und jetzt gewinnen wir die Dame und haben eben Dame gegen 2 Türme aber wir haben noch einen ganzen Turm bei zusätzlich ja und hier hat Schwarz dann aufgegeben das war sicherlich eine Partie die zum Ruf von Bobby Fischer beigetragen hat starker Partie taktisch voller Motive König in der Mitte Linien öffnen schwache Felder Kombinationen alles was das Herz begehrt was ein Evans Gambits Spieler so haben möchte ja von daher hoffe ich haben euch diese Partien gefallen und euch einen Eindruck vermittelt was typische Stellungsbilder hier sein können und wo die Fallen liegen können in dem Sinne sage ich besten Dank fürs Zuschauen lasst gerne ein Like da wenn ihr mögt und dann sehen wir uns zum nächsten Fallen Freitag wieder schön dass du so viel Spaß hattest mit diesem Video wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast dann hol das doch jetzt bitte nach ansonsten habe ich